Ein wichtiges Merkmal, an dem du erkennen kannst, dass du in einer toxischen Beziehung bist, das ist dein Zweifel an dir selbst, dein Zweifel, ob deine Wahrnehmung richtig ist oder auch die Tatsache, dass du dich selbst gar nicht mehr spürst, dass du nicht mehr weißt, was ist jetzt eigentlich mein Bedürfnis, was ist mein Wunsch und wo sind meine Grenzen. Und was du jetzt wirklich, wirklich brauchst, ist wieder Kontakt zu dir, Kontakt zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Grenzen und dass du dir erlaubst, das klar zum Ausdruck zu bringen und es hilft nicht nur dir, es hilft euch.